Musik Am Sonntagmorgen finden sich noch ein paar Wolken vor der Sonne. Im weiteren Tagesverlauf zieht es dann zu und die Sonne ist komplett von Wolken bedeckt. Erst in den Abendstunden schaffen es ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke auf die Erde. Temperaturen zwischen 5 und 19 Grad sind möglich. Zu Beginn der neuen Woche ist Sonnenschein angesagt. Temperaturen von bis zu 23 Grad sind am Montag möglich. Außerdem kann es windig werden. Der Dienstag bringt nichts als Sonnenschein. Das Thermometer zeigt Höchstwerte von bis zu 24 Grad. Am Mittwoch wird es bei Temperaturen von bis zu 26 Grad nochmal etwas wärmer und es bleibt sonnig.